Dominik Ecken vom Areal und Technik bei der FENACO Genossenschaft. Ihr habt beim Bauaufälligen Soderleika in Eure Bezirke gearbeitet. Was waren die größten Schwierigkeiten da? Ich durfte die Bauherrenvertretung mit dem Vorderbeater zusammen. Die grössten Schwierigkeiten sind sicher im Wallis das Wetter, vor allem mit Siemeiholz. Da haben wir im Winter drei Monate keine Sonne. In dieser Zeit haben wir die Baumeisterarbeit erledigt. Das war schon eine Herausforderung, vor allem für die Taylor AG, die für uns die Baumeisterarbeit gemacht haben. Wie war das mit der Zeit? Ist man gut vorankommen oder haben wir Zeitdruck gehabt? Ja, vor allem durch die drei Monate keine Sonne, sind wir schon in Zeitdruck gekommen. Das Betonieren ist sehr wetterabhängig und da gab es eine gewisse Problematik. Aber die Unternehmer hier vor Ort haben das super gelöst. So konnten wir diesen Zeitplan einhalten. Wie gross ist die Erleichterung, was alles tiptop ging? Ja, sehr gross. Es sind am Schluss noch viele Dinge, die bei der Eröffnung klappen müssen. Wir konnten alles noch ausmerzen, was noch problematisch war. Wir sind alle erleichtert. Wie nehmen wir euch Kunden wahr, wenn ihr seht, was die jetzt in den Laden eingehen und was ist alles vollgebracht? Das, was ich besitzen habe gesehen, ist sehr positiv. Der Laden war von Anfang an voll. Die Leute sind so viele habe ich gesehen, begeistert. Ich denke auch, das wird von jetzt auch immer so sein, hier in der Lande. Ist es für dich, nach den Schweisstreibenden Wochen, gibt es euch mal ein bisschen gemütlicher Abend? Ja, gibt es. Ich habe nächste Woche Ferien, von dem her ist nicht schlecht. Aber ich werde natürlich sicherer vor Beate immer weiterhin unterstützen. Vor allem, wenn er hier etwas hat auf dem Areal, bin ich für ihn da.